Was bedeutet Rot-Rot-Grün für Deutschland? Es bedeutet, dass Sarah Wagenknecht Finanzministerin wird, dass Ralf Stegner Innenminister wird, dass Claudia Roth Außenministerin wird, weil dann geht Deutschland unter und das schweißt uns zusammen. Dafür müssen wir kämpfen. Herzlichen Dank. Es war, ja, wie soll ich das jetzt beschreiben? Also wir haben ein Gespräch geführt und er hat das dann so entschieden. Wenn ich eine Tochter hätte, die mit so einem Jungen ging, wisst ihr, was ich mit der machen würde? Und wenn sie mich einsperren würde, wisst ihr, glauben Sie das? Sie würde mich halb lahm schlagen, glauben Sie mir das? Solche Farbenspiele, wo es nicht mehr um die Frage geht, was tut die Politik eigentlich für die Menschen, sondern nur noch über die Frage, mit welcher Konstellation komme ich irgendwie an die Macht, das ist auch etwas, was Menschen abspricht. Das ist ja nur ein Märchen. Das ist ja nur ein Märchen. histórica Junge, wo es nicht mehr und das ist ja nur ein Patch, das ist ja nur ein schlechter, aber unsere hallway geht über die inserts. So sag es nicht mehr und Sonstellation, Und also wie viel Lebensungen zu 이건 für dieaways.